Um was wir Frauen uns nicht alles sorgen. Wir möchten es möglichst perfekt machen und fühlen uns dann doch ungenügend. Oder wir denken, wir sind eine Zumutung und möchten es allen recht machen. Oder wir vergleichen uns und sind dann einfach unzufrieden. Ich weiss nicht, wie es Ihnen geht, liebe Zuschauerinnen, und ob Sie sich in dem einen oder anderen auch erkennen können. Doch die gute Botschaft ist, Jesus sieht uns Frauen ganz anders. Was er für uns am Kreuz getan hat, durch das können wir als Töchter Gottes geliebt und erkannt wild und frei leben. Wie diese Freiheit genau aussieht und was es mit der Wildheit auf sich hat, das erzählen mir Anne Helke und Elisabeth Schoft an einem Lagerfeuer. Doch zuerst kommt unsere Strassenumfrage. Wir sind hier im schönen Bregenz und ich möchte von den Frauen wissen, wann sie sich denn so richtig frei fühlen. Und was ist das Wildeste, was sie je gemacht haben? Auf geht's! Wann fühlst du dich denn so richtig frei? Also ich fühle mich richtig frei, wenn ich einfach nur die Natur um mich herum habe. Meine Familie, meine Freunde. Das ist für mich ein absolutes Freiheitsgefühl. Wenn ich die Entscheidungsmöglichkeit habe, mich zu bewegen, wohin ich mich bewegen möchte und zu jeder Tages- und Nachtzeit unterwegs sein kann. Eigentlich, wenn ich das machen kann, was ich möchte, ohne dass es irgendjemand stört, halt solange es niemand irgendwie verletzt oder sowas, aber solange es für mich okay ist und ich dabei niemand irgendwie oder irgendwas beschädige und das machen kann, was ich will und nicht noch irgendeiner Vorschrift leben muss. Also ich bin Mutter von drei Kindern. Ich fühle mich erst frei, wenn die Kinder schlafen, wenn ich vor dem Fernseher höre und mich entlasten kann und Fernseher schauen kann oder wenn ich dusse bin mit Freundinnen, was trinken kann. Ich fühle mich dann frei, wenn ich keine Verpflichtungen habe. Also für mich ist es gar nicht so wichtig, dass ich alles machen kann, was ich will, sondern dass ich bestimmte Sachen nicht machen muss. Zum Beispiel jetzt mache ich einen Ausflug mit meiner Tochter und wenn ich freie Entscheidungen treffen kann, was ich auch kann. Gott ist Freiheit und wir Menschen, wir dürfen das einfach nur erkennen. Und in der Freiheit liegt alles drin, da liegt der ganze Segen drin fürs Leben. Und ich kann es jedem empfehlen, einfach Kontakt zu sich aufzunehmen, finde zu dir selbst, dann findest du gut. Und noch eine andere Frage, was war das Wildeste, was du je getan hast? Was habe ich das Wildeste, was ich getan habe? Ich denke mal, vor vielen, vielen Jahren mit dem Fahrrad und dem Zelt alleine als Frau in Island unterwegs zu sein und dort mich wirklich frei zu fühlen. Von der Klippe springen, wo ich nicht runter springen wollte. Wo ich das erste Mal den Führerschein gehabt habe und mit meinen drei Kolleginnen einfach das Auto von meiner Schwester genommen habe und nach Innsbruck gefahren bin. Ah ja, da war ich in Südafrika und da haben wir so einen gepaart gestreigelt. Und das war das Wildeste. Das Wildeste, was ich je gemacht habe, habe ich eben um meinen Nichten erzählt. Von 2000 Meter vom Berg runter gesprungen. Oh, okay. Das ist nur eine Riesenrutsche ins Wasser. Also, boah, das finde ich auch phänomenal. Das ist so ein Adrenalinstoss. Ja, braucht auch etwas Mut, ja. Ja, und gern würde ich auch mal so aus dem Fallschirm raus. Also, das würde mich noch reizen. Heute geht es auch bei Dr. Klenk um die Identität der Frau, um unsere Unsicherheiten, Sorgen, vielleicht Ängste. Und ich bin gespannt, was uns Frauen Dominik da dazu zu sagen hat. Da ist er schon. Hallo, Dina. Hallo. Ich grüße dich. Grüß dich, wie geht's? Gut. Schön. Die nächsten drei Minuten bei dir. Ah, das ist schön. Dann fangen wir gleich an. Was findest du? Wo könnten wir Frauen uns vielleicht ein bisschen lockerer machen oder den Griff ein bisschen lösen? Ich finde, dass Frauen immer dann besonders geschmeidig und lebendig sind, wenn sie nicht versuchen, in einer Welt, die männlich erscheint, noch männlicher zu tun, um scheinbar auf die Überholspur zu kommen, sondern wenn sie einfach punkten mit ihrer Weiblichkeit, mit ihrer Natürlichkeit, mit dem, was sie eben unterscheidet von den Männern. Okay. Also nicht so Erfolg anstreben oder... Natürlich darf man Erfolg anstreben, das schon. Nur die Frage ist, ob man sozusagen auf die Attribute der Männer setzen muss oder nicht einfach mit der natürlichen Weiblichkeit, die gegeben ist, versucht zu punkten und eben sich zu sein. Dich nicht zu verstellen, vor allem. So ist es. Okay. Ja, in der Bibel heißt es ja auch, dass wir durch Jesus Christus als Befreite leben dürfen. Was bedeutet das, diese Freiheit in Jesus zu haben? Ich denke, das wird für jeden Menschen ein bisschen anders aussehen, wie er das empfindet. Für mich ist das Bild von Freiheit nicht ein Losgelöstsein von etwas, also nur so ein Blatt, das im Wasser dahin schwimmt, ohne Anbindung, sondern ich glaube, die Freiheit in Christus ist eine hoch angebundene Freiheit. Das heißt, mein Bild ist so ein bisschen, Christus richtet auf, man ist verbunden mit ihm, aber nicht mit einer Kette irgendwie, sondern, sagen wir mal, so wie mit einem elastischen Band, das einen aufrichtet, das man lebt, man nach oben hin angebunden, man weiß, da oben ist jemand, der hält einen. Und es gibt trotzdem genug, es hat genug Dehnungspotenzial, um auch die eigene, in der eigenen, nach den eigenen Möglichkeiten zu entscheiden und sich für Anwegekreuzungen eben Wege zu nehmen, die wir in eigener Verantwortung tragen. Und trotzdem bleibt die Verbundenheit mit Christus bestehen. Aber kann man alles machen, was man will eigentlich? Ich glaube, dass der Mensch alles machen kann, was er will. Ob das gut ist und ob das das ist, was wir tun sollen, ist eine ganz andere Frage. Aber ich glaube, dass Christus den Weg mitgeht, den wir wählen. Er ist da mit dabei. Hast du einen Buchtipp für uns Frauen? Genau. Ich habe ein Buch, das ich gerne weiterempfehle. Es heißt Immer mehr von dir. Immer mehr von dir, Jesus, könnte man sagen. Ein Andachtsbuch für jeden Tag. 365 Andachten in kleinen Portionen, so wie es ein Tag gut verträgt. Immer auf einer Seite mit wunderbaren Texten, die einfach stärken sollen für den Tag und für das, was heute dran ist. Und das Besondere an dem Buch ist, dass es auch ein bisschen in den sinnlichen Horizont hineingeht. Es gibt nämlich auch Kochrezepte dort, um das Leben fröhlich und gut schmeckend zu machen. Cool. Das unterscheidet sich ja ein bisschen von anderen Andachtsbüchern. So ist es. Tina, die Zeit ist um. Du musst schon los. Okay, schade. Tschüss Dominik. Alles Gute. Ciao. Und viel Freiheit dir auch. Merci. Ja, jetzt sehen wir den Trailer zum Buch Wild und Frei als Einleitung zu unserem Hauptinterview danach. Die Welt mag uns sagen, dass wir zu viel und nie genug sind. Wir können jedoch wild unseren Weg gehen, so wie Gott uns erschaffen hat, und frei ruhen im Werk, das Jesus für uns vollbracht hat. Wir müssen nicht durch kulturelle Erwartungen eingeengt sein oder uns anpassen. Wir sind losgelöst von unserer Vergangenheit und fürchten die Zukunft nicht. Wir wählen Mitgefühl statt Vergleich. Wir lieben bedingungslos und ohne Vorbehalt. Unsere Augen sind auf Gott gerichtet. Wir verstellen uns nicht. Wir gehen forschen Schrittes. Wir verstecken unser Licht nicht. Wir sind nicht nur um unserer Selbstwillen wild und frei. Vielmehr sprechen wir hingegens voll Hoffnung, Liebe und Wahrheit über die Welt aus. Genauso wie unser Gott über uns. Wir sind wild und frei. Und wir sind bereit, im Namen Christi große Dinge zu tun. Ja, wir haben eben im Trailer von wild und frei den Lobgesang für uns Frauen gehört. Sehr ermutigend. Und ja, diese Botschaft soll auch weitergehen wie ein Lauffeuer. Und am gemütlichen Feuer ist es auch, wo gute Gespräche stattfinden können und Weisheiten weitergegeben werden. Ich darf hier mit Anne Helke und Elisabeth Schoff zusammensitzen. Zwei Frauen, die von sich sagen, sie seien wild und frei. Was das genau bedeutet, möchte ich von Ihnen wissen. Hallo Anne. Hallo Elisabeth. Hallo. Hi. Wild und frei. Das ist ein Buch von den Amerikanerinnen Jess Connolly und Hayley Morgan. Ihr beide habt entschieden, dass wir Frauen in den deutschsprachigen Ländern dieses Buch auch lesen können und habt das übersetzt. Warum war es euch so wichtig, dieses Buch zu übersetzen? Ich habe das Buch vor ein paar Jahren schon auf Englisch gelesen und fand den Titel total spannend und ansprechend. Sie ist auch wild and free. Und ich habe mich selbst so gefühlt und fühle mich doch gleichzeitig manchmal überhaupt nicht wild und frei und wollte dem ein bisschen auf den Grund gehen, was es damit auf sich hat. Genau. Und habe Anne davon erzählt und dann sind wir gleich irgendwie ins Gespräch gekommen und haben gedacht, das ist irgendwie ein Lebensgefühl, das uns anspricht und das wir irgendwie gerne transportieren würden. Und dann hat sie dich angesteckt. Ja, also wirklich, man hat gemerkt, nachdem sie es gelesen hat, dass es was in ihr bewirkt hat. Also, dass sie wirklich, da haben sich Dinge verändert und das hat mich schon interessiert dann. Und ich fand auch den Gedanken cool, dass in dem Buch Gott als wild und frei beschrieben wird. So zwei Attribute, die man vielleicht nicht sofort mit Gott jetzt assoziiert. In unseren Gesprächen, die wir so führen als Freundinnen und in der Mittagspause, haben wir viel darüber gesprochen, wie wir leben wollen als junge Frauen unserer Generation. Und dass viel von uns erwartet wird und wir oft in diesen Dingen einfach nicht so frei sein können, wie wir gern wollen. Und hatten so das Gefühl, dass so ein Bedürfnis da ist nach Ermutigung und trotzdem war aber auch noch Herausforderung. Und deswegen haben wir es gemacht. Cool, genau. Ja, Jess und Hayley sind auch unterschiedliche Charaktere. Die eine fühlt sich manchmal too much, die andere irgendwie nicht gut genug. Habt ihr euch auch da wiedergefunden oder was sind so eure Kämpfe vielleicht, die ihr habt? Fühlt ihr euch manchmal auch nicht genügend oder too much oder mit was kämpft ihr so? Also die zwei Autorinnen, die haben das ja gemeinsam geschrieben. Immer eine, ein Kapitel und eine war jeweils für ein Thema zuständig. Die eine für wild, die andere für frei und am Anfang muss ich sagen, habe ich zuerst gedacht, okay, ich kann mich mit der identifizieren, die frei gemacht hat. Das ist die Hayley gewesen, der es immer so ein bisschen so geht, dass sie sich zu wenig fühlt. Damit konnte ich, damit konnte ich mich identifizieren, weil ich das auch kenne, dass man viele Ängste hat, dass man perfektionistisch ist, dass man irgendwie auch für sich selbst nie genug ist. Und später kam es dann durch Zufall dazu, dass ich die Kapitel übersetzt habe von Jess, der es eher um die Wildheit geht. Und das war eigentlich ganz interessant dann auch mal zu entdecken. Ja, ich habe aber auch diese Anteile an mir, die immer das Gefühl hat, sie wäre too much. Das ist das Spannende, dass wir irgendwie beides gleichzeitig fühlen können und dass das geht, dass man, also ich glaube, zu viel sich fühlt, dass man zu viel fühlt einfach oder als Frau so sehr emotional ist und man dann Angst hat, dass man hysterisch wird oder so. Und gleichzeitig aber auch, wir sehr viel wollen. Wir sind eine Generation von Frauen, die einfach, wir wollen arbeiten, wir wollen arbeiten mit Sinn und vielleicht auch in unserer Berufung. Gleichzeitig wollen wir aber auch Kinder und Familie haben und wir wollen alles gleichzeitig und uns irgendwie im Ehrenamt austoben oder so. Und wenn man dann so eine Aufgabe anfängt, die eigentlich zu viel ist vielleicht auch, dann hat man gleichzeitig wieder das andere Gefühl, nämlich, dass man sich fragt, schaffe ich das überhaupt, bin ich nicht, bin ich gut genug für diese Aufgabe, die so groß ist, die ich jetzt unbedingt wollte oder habe ich mir jetzt irgendwie was aufgebürdet und jeder merkt, dass ich eigentlich nur ein Hofstapler bin oder so. Also das Gefühl, das kenne ich auch, wenn man dann so große, in so große Fußstapfen sich bestellt und dann merkt, oh naja, hoffentlich kann ich die auch füllen. Wie können wir denn frei werden von diesen Denkmusten oder von diesen Angewohnheiten oder eben Zweifeln, Ängsten? Also in dem Buch geht es ganz oft davon, oder das habe ich durch das Buch gelernt, dass man eigentlich bei Gott frei werden kann, obwohl man mit ihm verbunden ist, ist das genau das, was einen frei machen kann. Und zwar so im Sinne von Augustinus, der gesagt hat, mein Herz wird erst ruhig und entspannt und findet seine Heimat, wenn ich Gott habe. Und diese Sicherheit, die einem das gibt und diese Liebe, das Angenommensein, die Vergebung von Schuld, das macht einen unglaublich frei. Also ich glaube auch, was einem hilft, ist, dich bewusst zu machen, was ist hier eine Lüge, die ich gerade glaube. Also was sagt Gott über mich? Sagt er wirklich über mich, ich kann Dinge nicht? Oder sagt er, ich bin nicht gut genug oder nicht schön genug oder was auch immer? Sondern sich bewusst machen, wie sieht Gott mich eigentlich und wie ist auch Gott? Also das ist eine Konstante in einem Leben, auf die kann ich mich immer verlassen und die wird immer so bleiben. Und das ist eigentlich das, was einem auch dann frei sein lässt, weil man genau weiß, egal was ich mache und egal, ob ich vom Weg abkomme oder wo auch immer ich am Ende lande, zu Gott kann ich immer zurückkommen. Und das sollte uns, wie Anne sagte, eben überhaupt nicht einengen, was man ja oft den Eindruck hat, wir Christen, wir dürfen bestimmte Dinge nicht und wir sind so strikt und zugeknöpft. Dabei sollten wir eigentlich alle total entspannt sein, weil Gott irgendwie auch so ist. Genau, selbstbild und frei, ja. Selbstbild und frei ist. Einerseits entspannt, aber doch auch irgendwie wild und frei. Ja, also. Es scheint irgendwie ein Paradox zu sein, dass man das nicht vereinen kann und wir ja oft auch von Gott so nicht sehen. Uns gefällt der liebe Gott und der immer barmherzig ist und der so uns zubesand ist. Ja, den wir begreifen können. Genau, den wir begreifen können, ja. Aber eigentlich zähmen wir ihn ja dadurch und packen ihn in eine Box und eigentlich haben wir die ganze Zeit nur Mühe, dass er aus dieser Box raus kann, damit er sich eigentlich so zeigen kann, wie er ist. Nämlich ungestüm und vollkommen nicht so reagiert, wie wir uns das vorstellen mit unseren kleinen Köpfen. Überraschend, vielleicht auch, ja. Ja, genau, überraschend, ja. Also, ja, ich würde ihn eigentlich auch eher so als heilig oder allmächtig, barmherzig bezeichnen, als jetzt wild vor allem. Also, ich gerade jetzt mit meinem Leben früher, wild hieß für mich ja, assoziierte ich halt mehr mit so, ja, Party, Drogen, Alkohol, Männergeschichten. Und das war für mich so wild. Und irgendwie, ja, warum ist Gott wild? Oder was hat es mit diesem wilden Gott auf sich? Ja, das haben wir jetzt schon oft gehört, seit das Buch draußen ist, dass viele Frauen das sogar abgeschreckt haben. Also, wirklich, viele haben gesagt, das habe ich hinter mir gelassen, das wilde Leben und so. Und ich glaube, das hat alles was damit zu tun, wie man das Wort versteht, gerade im christlichen Bereich, aber auch so in unserer Kultur. Wild, das hat schon ein bisschen so Konnotationen, so anrüchig, vielleicht sexuell, so rebellisch, so in der Art. Und sie meinen es eher in dem Sinne, wie bei einem Wildpferd, das einfach nicht gezähmt ist, das nicht gezähmt wurde. Und so ist Gott auch wirklich. Wir können ihn nicht in eine Schublade stecken, wir können ihn nicht zähmen. Denn er ist unabhängig und steht über den Dingen. So ist wild eigentlich gemeint in dem Sinne von dem Buch zumindest. Ja, und durch Jesus sind wir ja eben nicht mehr in dieser sündigen Eva-Identität gefangen, sage ich jetzt mal. Sondern eher durch seine Versöhnung können wir eigentlich in dieser Identität leben, wo alles noch gut war. Also, wir können das immer wieder versuchen, oder? Wo erlebt ihr denn, ja, wie sieht diese Freiheit denn in eurem Leben praktisch aus? So in welchen Situationen fühlt ihr euch besonders frei? Oder auch wild, ja? Ich bin am freisten, wenn ich auf einem Surfbrett im Meer hocke und auf die nächste Welle warte. Weil Surfen einfach den Kopf ausstellt und man so ganz eins ist mit Natur. Und deswegen fasziniert mich das Meer so, weil da die ganze Wildheit und das Raue von Gott einfach so sichtbar wird. Und man dem fast wie ausgeliefert ist und man trotzdem weiß, mit meinem Brett habe ich was, das hält mich. Und da komme ich auch wieder an den Strand und ans Ufer. Das ist ein praktisches Beispiel, ja. Aber wenn man jetzt ein bisschen abstrakter werden will, man ist halt frei, wenn man ganz man selbst sein kann. Oder, ne? Ich sage das gerne, zu Hause ist da, wo man den Bauch nicht einziehen muss. Also, wo ich da nicht drüber nachdenken muss. Oder wo ich so ganz in meinem Element bin. Oder vielleicht, ja, einfach Menschen ganz wild und frei lieben kann, die es vielleicht gar nicht verdient haben. Oder denen ich vergeben muss. Das sind die Dinge, an denen man an sich wächst und aber merkt, das hat mich selber auch vielleicht frei gemacht in dem Moment. Ja, ich muss auch sagen, so, also wenn ich mich, wenn ich jetzt überlege, wann bin ich am freisten, dann ist es wirklich, ich habe vorhin gesagt, ich konnte mich gut identifizieren mit diesen Ängsten, was man immer denkt, man ist nicht gut genug und so. Und wenn ich jetzt Dinge tue, vor denen meine Ängste mich eigentlich warnen, ich aber dem entgegenstellen kann, hey, aber Gott sagt über mich, ich bin safe, dann fühle ich mich irgendwie am freisten und wildesten. Und ich sage, ich mache es trotzdem. Okay, ja. Schön. Cool. Ja, das klingt wunderbar. Sagt uns doch noch kurz, für wen ist dieses Buch geschrieben? Also, natürlich für Frauen, aber ja, wer soll es vor allem lesen? Wir wünschen uns, dass es Frauen lesen, die noch mehr vom Leben wollen. Also die, die immer das Gefühl haben, sie sind nicht genug oder die unter dem Erwartungsdruck der Gesellschaft und vielleicht Kirche oder Familie an einen so heranträgt von Dingen, die man muss oder die man nicht machen darf, weil man Christ ist, dass die das lesen und so einen ganz neuen Blick bekommen von Gott und auch von sich selbst. Ja, das wäre schön. Cool. Ja, ich habe noch was mitgebracht. Kleine Wunderkerze. Danke. Einfach symbolisch, dass dieser Funke von Wild und Frei, dass das wirklich so wie ein Funke springen darf. Und hier, auch auf andere Frauen, zünden wir das an. Oh, ja. Genau. Geht das? Oh ja, es kommt. Oh ja, es gibt da rein. Genau. Vielen Dank für das ehrliche Gespräch. Danke für die Einladung. Heute besuche ich Monika Masi. Hallo, Tia. Hallo, Monika. Schön, dich zu sehen. Gleichfalls, wie geht's? Ja, danke, sehr gut. Herzlich willkommen. Danke. Darf ich mich setzen? Ja, bitteschön. Danke. Monika, welches Buch hast du zuletzt gelesen? Das letzte Buch, das ich gelesen habe, ist Tochter Gottes erhebe dich von der Inka Hammond. Ein wunderbares Buch, das mich wirklich tief berührt hat. Okay. Die sieht sehr kämpferisch aus, da drauf. Ja, aber das Buch hat wirklich nichts mit weltlichem Feminismus oder mit Rebellion zu tun. Okay. Um was geht es denn in diesem Buch? Die Inka ermutigt uns, Frauen in Jesus frei, geheilt und stark zu werden. Also sie beschreibt in diesem Buch auf eine wirklich sehr ehrliche und authentische Art ihre persönliche Reise vom Schmerz zum Sieg und vom Sieg zum Segen. Und eigentlich ist es nicht nur ihre Geschichte, es kann die Geschichte für jede Frau werden, weil sie spricht wirklich jede Frau an. Und die Heilung und die Wiederherstellung, die sie erlebt hat und der Segen, der auf ihr Leben ruht, das möchte Gott für jede von uns. Das Buch enthält praktisch auf jeder Seite enorm viel Weisheit und Wahrheiten, die auf der Bibel gestützt sind. Für mich ist es wirklich ein gewaltiges Manual für jede Frau, sich in dieser Identität als Tochter Gottes sicher zu werden. Und diese mit Liebe und Stärke in dieser Welt hinauf zu strahlen. Und ja, ich denke, es ist nicht nur für Frauen. Also auch wenn Männer dieses Buch lesen, werden sie wirklich einen grossen Gewinn davon tragen. Also speziell Ehemänner und Väter von Töchtern. Und warum hat dich dieses Buch so persönlich berührt? Ja, also mich hat es so berührt, weil Jesus hier gross gemacht wird. Also ihm wird die ganze Ehre gegeben. Und ja, und ich kenne ja selber diese unendliche Liebe und diese Wiederherstellungskraft von Jesus. Also von dem her hat es mich so an meine Geschichte erinnert. Und ich musste an vielen Stellen weinen. Ich selber habe auch vieles dazugelernt. Und das hat in mir auch einen grossen Hunger geweckt, wieder Schätze in der Bibel zu suchen. Diese verborgenen Schätze, die du vielleicht wirklich... Also sie erklärt auch vieles. Oder sie nimmt auch viele Verse aus dem Alten Testament, die plötzlich für mich auch total lebendig geworden sind. Und die ich früher wie irgendwie verpasste, also einfach darüber gelesen habe. Und dann gar nicht so richtig war. Ja, sie hat mich sehr ermutigt. Und wenn sie jetzt hier wäre, würde ich sie wirklich ganz fest umarmen. Ich kann das ja stellvertretend entgegennehmen. Oh, das mache ich gerne. Ja, schön. Danke. Danke. Das klingt echt toll, dieses Buch. Muss ich mir auch merken. Ja, unbedingt. Vielen Dank für den Tipp. Ich hoffe, dass Sie ermutigt worden sind, in dieser Freiheit und Wildheit zu leben. Dass Sie aufblühen können und trotz Herausforderungen das Leben geniessen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020